Aber du hast nur eine billige Gabel von AliExpress bestellt. Dann hab ich für dich eine ganz gute Lifehack. Scheiß auf diese Gabel. Und wir kommen zu Lifehack. Was du für diesen Lifehack benötigst? Klebeband, Tacker, Säge, Bohrmaschinen, keine Ahnung, Tacker, ein Maßstab, Schuh, diese Gerät, Tacker, ein Fitnessgerät, Tacker, eine Sauna und ein Maßband, Tacker.